Hallo YouTube! Wir haben heute eine Funktion und wir wollen von dieser Funktion den Mittelwert herausfinden. Und zwar nicht von der ganzen Funktion, das ist ein bisschen schwieriger, sondern nur von einem Bereich dieser Funktion. Das heißt von diesem Wert A hier bis zu diesem Wert B. Und zwischen diesen beiden Werten wollen wir wissen, was der mittlere Wert dieser Funktion ist. Das heißt, wie groß die Funktion im Mittel ist. Das heißt im Durchschnitt. Und da gibt es ein Problem. Wenn wir uns das nämlich angucken, gibt es nämlich nicht nur ein Wert mit jeweils einem Paar. Das heißt, es gibt nicht irgendwie ein Paar Werte. So wie bei diesem Beispiel. Da gibt es ein Paar Werte, die können wir addieren und durch die Anzahl der Werte teilen. Aber hier haben wir nicht nur ein Paar Werte. Wir haben hier unendlich viele x-Werte in diesem Bereich. Da gibt es a plus 1, da gibt es a plus 1,1 und da gibt es a plus 1,111 und a plus 1,11111 und a plus 1,11111 und so weiter. Es gibt unendlich viele verdammte Werte in diesem Bereich hier und wir können nicht ganz alle Werte hier betrachten. Das heißt, wir geben das Ganze wieder auf. Nicht ganz. Denn es gibt eine Lösung. Und zwar machen wir das wieder mit Annäherung. Und zwar sagen wir uns einfach, wir unterteilen den gesamten Bereich in kleinere Bereiche. Und für diese kleineren Bereiche nehmen wir dann jeweils die Höhe der Funktion, wo der kleinere Bereich anfängt. Das heißt, es ist nur ein einziger Höhenwert, ein einziger Wert, der dann den ganzen Bereich repräsentieren soll. Und wie ihr schon seht, ist das nicht ganz genau. Es ist nicht überall genau der Funktionswert erreicht, sondern eher so, ja, annähernd. Und das ist die interessante Idee dabei. Und für alle, die bei mir schon ein bisschen länger sind und alle meine Videos gesehen haben, wird da etwas ganz Besonderes ins Auge springen. Und zwar sind das hier Rechtecke. Und diese Rechtecke hier vorne, die wollen wir sogar noch genauer machen, damit sie genauer die einzelnen Funktionen repräsentieren. Das heißt, um den Mittelwert rauszukriegen, müssten wir jetzt zum Beispiel, wir haben vier Teile, das heißt, wir müssten einen Viertel vom ersten Teil, der ist 2 hoch, plus ein Viertel des zweiten Teils, der ist 1,9 hoch, ein Viertel des dritten Teils, ach, das soll ein Mal sein übrigens, ein Viertel des dritten Teils, der ist 1,8 hoch, und ein Viertel des letzten Teils addieren, der ist dann wieder 1,9 hoch. Und dann hätten wir unsere durchschnittliche Größe. Was wir aber machen wollen, ist, wir wollen das Ganze ein bisschen genauer machen. Das heißt, wir wollen die Abschnitte hier genauer machen, das heißt, unterteilen in mehrere kleinere Abschnitte. Und wir sehen schon, da sind ganz viele Rechtecke. Und was wir machen, ist, wir rechnen die Summe aller Rechtecke aus. Da fällt uns schon was ganz Tolles auf, die Summe aller Rechtecke. Jetzt denken wir mal ein bisschen zurück zu dem Video Integrale. Da haben wir auch die Summe aller Rechtecke genommen. Und zwar von einem Ort bis zu einem anderen Ort. Und wir haben den Grenzwert davon genommen, repräsentiert dadurch, dass hier kein Delta mehr steht, sondern nur noch ein D, über eine beliebige Funktion, f von x. Und das war dann unsere Fläche. Und was wir jetzt eigentlich nur noch machen müssten, ist ja durch die Anzahl der Rechtecke teilen. Das geht aber in diesem Falle gar nicht so, weil, hä, das ist doch irgendwie, jetzt haben wir die Fläche ausgerechnet, der einzelnen Rechtecke, und das wollten wir doch gar nicht. Wir wollten eigentlich die Höhe addieren und, aha, das ist alles so kompliziert. Es gibt eine kleine Lösung. Es gibt theoretisch unendlich viele Rechtecke und deswegen auch unendlich viele Werte, die wir addieren. Aber wir können einen kleinen Trick machen. Wir nehmen diese Fläche und teilen diese Fläche durch die Länge. Und damit passiert Folgendes. Das heißt, wir gucken uns nochmal an, das hier war ungefähr unsere Funktion von diesem Bereich zu diesem Bereich und vielleicht wollten wir die Fläche haben. Das heißt, diese rote Fläche hier haben wir uns ausgerechnet. Was wir dann gemacht haben, ist, wir teilen diese Fläche hier durch diese Länge. Und das ist eine ganz interessante Idee, denn dadurch erhalten wir den mittleren Wert unserer Funktion. Und da gibt es kleine Verständnisprobleme, warum das denn auf einmal der Mittelwert wird, wenn wir das durch diese beiden Werte hier teilen. Aber wir können uns Folgendes überlegen. Die rote Fläche hat die gleiche Fläche wie das rechte Teil hier, diese rechte Fläche, äh, die gelbe Fläche, nicht die rechte, die gelbe Fläche. Die gelbe Fläche ist nämlich nur die rote Fläche, bei der wir dieses überschüssige Teil hier oben und dieses unterschüssige Teil hier unten sozusagen ineinander umgeschüttet haben. Wir haben sozusagen die Oberfläche geebnet. Mehr haben wir nicht gemacht. Und wenn wir dann das Ganze durch die Länge hier teilen, haben wir ein Rechteck, das heißt b mal a als eine Seite und die Höhe des ganzen Dings als andere Seite, haben wir dann durch diese untere Seite geteilt. Das heißt, wir haben das erst einmal geebnet, das haben wir hier vorne gemacht, indem wir das Integral ausgerechnet haben, und wenn wir es dann wieder durch diese Seite hier teilen, dann kommt da nur noch die Höhe raus. Das ist dann nur noch die mittlere Höhe. Und das ist eine ganz interessante Überlegung. Dadurch, dass wir das Integral nehmen, haben wir eine Fläche, die in ihrer Form ungebunden ist. Das heißt, es muss nicht unbedingt so aussehen wie die rote Fläche, sondern es kann gleichzeitig sein wie diese gelbe Fläche hier. Es ist ja nur irgendein Inhalt, irgendeine Zahl, zum Beispiel 17. Und wenn die rote Fläche den Inhalt 17 hat, kann auch die gelbe Fläche den Inhalt 17 haben, nur eine andere Form. Die Form der Fläche ist egal bei einem Integral. Und das ist das Wichtige und Interessante. Dadurch können wir so tun, als hätten wir die Oberfläche hier ein bisschen umgeformt, zu einem Rechteck. Und wenn wir das Rechteck durch eine dieser Seiten hier dividieren, erhalten wir die andere. Denn die Fläche des Rechtecks ist einfach nur eine Seite mal die andere Seite. Und wenn wir durch die andere Seite wieder teilen, erhalten wir wieder eine Seite. Das heißt, dadurch, dass das Integral eine Fläche hat, ein Flächeninhalt, der ungebunden an die Form der Fläche ist, können wir durch dieses einfache Dividieren durch diese Seite des Rechtecks wieder die andere Seite des Rechtecks ausrechnen. Theoretisch, theoretisch, jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, könnten wir auch, wenn wir dieses Integral hier haben als Fläche und durch irgendeinen anderen Wert teilen würden, das heißt zum Beispiel durch den Wert, äh, durch den Wert hier teilen würden, dann könnten wir ein Rechteck rauskriegen, das die gleiche Fläche hat, wie diese rote Fläche hier, nur, dass dieses andere Rechteck hier etwas dünner wäre und dafür höher. Die Fläche ist sozusagen ungebunden, wir können sie verschieben, wie wir wollen. Wenn wir dann aber durch eine Seite teilen, erhalten wir, erhalten wir die Höhe dieses Rechtecks, was wir aus der Form gemacht haben. Und wenn wir durch die richtige Breite teilen, das heißt genau den Abstand von den beiden Sachen hier, haben wir auch genau das richtige Rechteck, was die Ebenung dieser Fläche ist. Und das ist relativ schwer zu verstehen, erst einmal, aber hinterher relativ einfach durchzuführen. Das heißt, wir überlegen nochmal. Wir haben hier ein Integral ausgerechnet, das heißt, die Fläche in irgendeiner Form hat den Flächeninhalt 17. und wir nehmen die Form, die uns am besten gefällt. Und das wäre die Rechtecksform. Das heißt, wir tun das Überschüssige dahin, wo das ein bisschen fehlt und dann haben wir eine Rechtecksform. Und diese Rechtecksform hat als Höhe genau die Höhe, die im Mittelmaß die Funktionswerte repräsentiert. Und das ist das Wunderschöne. Das ist der geniale, nicht Zufall, sondern die geniale Sache der Mathematik. Das Rechteck, was wir daraus gemacht haben, hat genau die Höhe, die der Mittelwert wäre. Weil wir genau die Hälfte da weggenommen haben und hier reingetan haben. Das heißt, wir haben es genau ausgeglichen auf den mittleren Wert. Indem wir dann wieder durch eine der Seiten teilen, erhalten wir dann die Höhe nur. Und das ist die gesamte Idee hinter dem Mittelwert der Funktion. Wir nehmen, um den Mittelwert auszurechnen, den schreibt man offen als M mit einem Strich drüber, nehmen wir das Integral, die ungebundene Fläche und teilen sie dann durch diese ganz bestimmte Länge hier, B minus A, und erhalten dann die Höhe des theoretischen Rechtecks, das den gleichen Flächeninhalt hat, wie unsere eigentliche Fläche. Dadurch erhalten wir genau den richtigen Wert. Und wer sich das ausgedacht hat, also da ganz ehrlich Hut ab, also auf sowas kommt man nicht alle Tage. Das ist schon eine unglaubliche Überlegung, die dahinter steckt. Zum Glück müssen wir die Überlegung nicht bei jeder Klausur machen oder bei jeder Aufgabe oder wo auch immer wir das brauchen. Wir müssen die nicht jedes Mal machen, sondern wir können einfach diese fertige Formel hier benutzen. Aber es lag mir trotzdem am Herzen, klar zu machen, dass dieser Mittelwert der Funktion auch wirklich Mittelwert ist. Da hat sich jemand drangesetzt und gesagt, wie berechnet man denn den Mittelwert? Und dann hat er Schritt für Schritt diese Formel hier entdeckt. Und das ist das Gute und Geniale. Und ich hoffe, ihr ehrt diese Formel ein bisschen, dass sie nicht so schlunzig aufgeschrieben wird, sondern da hat sich wirklich jemand hinter gesetzt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr habt das Video auch verstanden. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Viel Spaß.